Folgende Mechanik. Mein Abitur. Mein Abitur habe ich mit einer 3,0 abgeschlossen. 3,0 ist quasi super hart. Ganz wenige waren unter mir in meinem Jahre. Super bad. Gründe dafür? Ziemlich simpel. Schule und Fächer sacken. Und ich bin halt ultra schlecht in dem. Bei mir jetzt gerade hier, draußen ist ja ultra windig. Mir bewegt sich hier das Gelumpe. So, ultra bad. Aber wenn ihr Menschen seid, die faul sind ohne Ende und ein richtig schlechtes Abitur haben, so wie ich, Kopf nicht hängen lassen. Zum Beispiel, ich habe ja Lehramt Förderschule studiert. Wisst ihr was? Wisst ihr was der NC, der Numerus Clausus für Lehramt Förderschule war? Oder wahrscheinlich jetzt noch viel schlimmer ist? 1, noch was. 1,2 war der, glaube ich, bei mir. 1,3? Irgend so was. Da sagt man sofort, Maxin, dein Abi, wenn ich das sehe, du kannst nach Hause gehen. Den Studiengang bekommst du nicht. Wie bekommt man also einen 1,2, 1,5 NC-artigen Studiengang? Ziemlich easy. Du machst erst mal, weil damals ja noch Krieg war, Zivildienst. Musste jeder machen. Das heißt, ich bin jetzt mal in die Türkei gefahren, habe Urlaub gemacht. Dann habe ich den Zivildienst gemacht. In einem Krankenhaus. Im St. Georg. Wer das kennt. Das ist ein Riesending. 3000 Menschen sollen da arbeiten. So. Da kann ich auch 10.000 Sachen erzählen. Und dann habe ich mich beworben. Nirgendwo genommen. Als Lehramt-Dude beworben. Nirgendwo genommen. Dann habe ich mir gesagt, gut, es gibt ja den Zivildienst. Du hast ja drei Sachen, wenn Krieg ist. Zivildienst, Bundeswehr oder FSJ. Was habe ich gemacht? Zivi? Haben wir gerade gehört. Danach? FSJ. Schon hast du zwei Jahre deines Lebens auf absoluten Todeslohn gearbeitet. FSJ, mein Lohn, ist da quasi umgerechnet gewesen Euro. Teilweise sogar weniger. Für eine volle Todeskraft. Natürlich nicht ausgebildet, diese Kraft zu sein, aber es war anstrengend. Und danach bewirbst du dich nochmal und wirst einfach genommen. Mit einem 3-0-Abi, vier Wartesemestern, wirst du genommen und jetzt kommt nicht wegen dem Schnitt. So ein bisschen. Nicht unbedingt wegen der Wartesemester oder so. Sondern wegen dem Glied. Männer neigen ja dazu, ein Glied zu haben. Und jetzt kommt der Oberknaller. Wer meine Schulzeit mitverfolgt hat bei dem Video, als ich gesagt habe, wie sieht es mit dem Frauenverhältnis aus in meiner Klasse? Katastrophal auf dem Ostwald. Und jetzt komme ich in einen Studiengang rein, wo 60 Menschen angenommen wurden und davon sind 55 Mädels. Easy. Na? Der absolute Hahn im Hühnerstall. Super witzig. Totale Kehrtwende. Da glaubt man sofort an Karma. Aber du wurdest halt genommen, weil die Männerquote aufrechterhalten werden muss. Die Männerquote ist so schlecht, dass ich das negativ auf einen Kurs ausüben könnte, wenn nur eine weibliche Meinung da ist. Weil Sexismus ist manchmal super witzig. Aber du brauchst beide Meinungen. Du brauchst sowohl die männliche als auch die weibliche Meinung. Mit beidem gewinnt man im Solo-Queue. Aber nicht mit einer. Einer Meinung ist zu wenig. Und da wurde der gute Maxim genommen. Und dann ging es. Was hast du denn für einen Hubschnitt? 1,9. Oh, das ist ja ganz knapp. Und was hast du denn für einen Hubschnitt? 1,2. Easy. Und dann, was hast du denn für einen Hubschnitt? 3,0. Easy. Und alle gucken mich an. Alles klar. Das ist der Depp in der Runde. Aber ich habe mich gemacht. Denn der große Vorteil war nämlich, dass ich ja nicht in der Schule war. Wichtige Mechanik. In der Schule lernst du Fächer, auf die du keinen Bock hast. Also ich meine, null Bock. Im Studiengang lernst du Fächer, auf die du zu 80% Bock hast. Die Quote reicht von 30%. Ich mag 30%. Du hast dann ein paar Lieblingsfächer. Zu im besten Fall 80%. Und dann kommt der Todesschnitt. Dann musst du es schaffen, einen Beruf zu wählen, der 100% erfüllt. Das wäre episch. Das war der Dream. Bei mir war es aber sehr traurig. Denn ich habe einen... Ich habe auch sehr viele negative Erfahrungen gemacht während des Studiengangs. Das war sehr tragisch. Also in den Praktika und so. Weil du kriegst ja, das Leid der Welt ist in den Schulen. Das Leid einer Nation befindet sich in den Schulen. Was sehr traurig ist. Wie toll die eigene Schulzeit auch war. Glaub mir, es gibt Leute, die einfach... Die einfach... Die einfachen Schulzeit got Adam, aber ich habe das. meine Jägerin, wir sind super hier. Und das hier, ich habe mich also gewinnt.